Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr ein Tutorial zu dem Fusionsreaktor haben wollt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Ananon for Attack Town in dem Modpack Tech World 2. In der letzten Folge haben wir unsere Burg hier fertig gebaut, das heißt so wie sie jetzt gerade hier steht. Und, ähm, sorry, ich habe mit dem Peter ein bisschen was weitergebaut und zwar, ähm, ein, wie soll man das sagen, ein Schießstand. Und zwar soll das nicht einfach ein Schießstand werden, wo man hier so dran steht und normal gerade ausschießt, sondern es soll mit einer Bahn verlaufen. Es gibt hier diese Targets von Open Blocks, da sind diese Dinger hier, ähm, die kann man mit einem Switch oder mit einem Reston-Signal halt bepowern, dann werden die aufgestellt. Und wenn man mit einem Bogen dagegen schießt, dann, äh, fallen sie zwar nicht um, aber sie geben ein Reston-Signal aus. Man könnte es auch so machen, dass sie umfallen, aber, ähm, muss man nicht. Deswegen, äh, ganz einfach so, ähm, wir haben jetzt hier angefangen, das heißt man fährt hier dann einfach mit den Schienen entlang. Dann fährt man hier nach oben, auf den, wie heißen die, Boarding Tracks, auf den Train Boarding Tracks bleibt man dann stehen. Dann hat man hier drüben das Ziel und wenn man das anschießt, dann gibt dieses Ding hier ein Reston-Signal aus. Ihr seht, die leuchtet jetzt, gleich geht sie wieder aus. Dam, 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 da ist sie wieder aus. Und wenn man eben das Ziel getroffen hat, dann, ähm, bekommt sie ein Reston-Signal und man fährt weiter. Dann ist die nächste Train Boarding Track hier unten, da ist das Ziel hier drüben, wenn man das trifft. Ding, dann geht auch hier, ah ne, hier geht noch gar kein Reston-Signal an, ne? Guck mal, das können wir gleich machen. Denn normalerweise sollte hier ein Reston-Signal eingehen. Und hier sollte auch noch ein bisschen Stein und so drüber. Äh, was wollte ich machen? Hier, genau. Äh, Receiver und Transmitter. Wir bauen zuallererst mal den Transmitter. Und der steht auf, äh, 5000, äh, beziehungsweise, nein. Hä? Stopp. Warn. Nochmal versuchen. So. Auf 4998. Und des, äh, desentsprechend. Dementsprechend steht auch der Empfänger hier unten auf, äh, der kleinen Frequenz. Wir bräuchten jetzt vielleicht noch einen Grasblock, damit wir das ganze Ding hier schön abdecken können. Das machen wir auch gleich nochmal. So, das heißt, auch dieses Ding hier steht auf, äh, 4998. Und was sehr cool ist, hat ich eine Säge? Ich hoffe, ja. Habe ich. Perfekt. Ähm. Was sehr cool ist, wobei ich stelle, wir können einfach hier einen Grasblock wegnehmen. Da ist ein Radio. Hä? Wo ist das denn? Da. Das ist irgendwie lustig. Da gibt es irgendeinen Bug, dass wenn man das Radio abbaut mit einem Werkzeug oder so, dann kommen immer zwei davon raus. Ich weiß noch nicht, woran das liegt, aber ich so. Okay, äh, soweit so gut. Wir schneiden jetzt mal unseren Grasblock hier durch. Ähm. Ähm, wir müssen den bis auf, äh, Cover machen, warum zeige ich euch gleich, also alles andere geht nicht. Und wenn ihr dann diesen Transmitter oder Receiver habt, je nachdem, könnt ihr den mit einem Cover abdecken, sodass man hier gar nichts mehr sieht. Aber das Säge-Signal funktioniert trotzdem noch. Das heißt, wenn wir jetzt hier aufgucken, ist das ganze Ding gerade nicht bepowert. Und wenn wir jetzt mit dem Bogen unser Ziel hier anschießen, gleich getroffen, ja, dann wird es hier gepowert und wir können schön hier drüben weiterfahren. Das wollte ich euch nur zeigen und, äh, dann können wir jetzt etwas anderes machen. Denn hier kann ich selbst noch nicht weiterbauen, außer ich würde mir die ganzen Schienen von Peter und so holen. Aber das würde ich nicht tun. Denn sonst ist der Peter traurig. Obwohl, ähm, ich habe im Livestream die ganzen Crafting-Rezepte von allen Schienen, äh, von Raycraft bei Peter eingestellt. Das heißt, er kann sich die Schienen einfach bestellen. Ist das nicht awesome? Okay, ich habe die letzte Zeit damit verbracht, mir eine Gravel-Gun zu bauen, aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Äh, ich lese mich da einfach nochmal rein. Eigentlich soll es so funktionieren, aber irgendwie tut es nicht und, äh, ist ein bisschen, äh, komisch. Okay. Wir behalten sie trotzdem mal. Vielleicht funktioniert sie irgendwann. Also die Grund, äh, das Grundkonzept hinter diesem Ding ist, es macht den meisten Schaden, den man, glaube ich, irgendwie in diesem Mod-Pack bekommen kann. Ich glaube, sie macht über 200 hr. Schaden, wenn sie voll aufgeladen ist. Aber die Gravel-Gun, ihr seht, da steht jetzt so, äh, achso, ich kann mal wahrscheinlich im Work-Table nochmal, naja. Äh, die Gravel-Gun, ihr seht, da steht oben 0 Kilo-Joule, die legen 0,0 Hertz of Damage per Shot. Und das Ding kann man aufladen mit einer Wind-Spring, das war das Teil, was ich gerade hier reingeworfen habe. Dieses wunderschöne Teil hier. Und da gibt es eben verschiedene, wie ihr an der Seite seht, das, ja, das Höchste hat 16.384 Kilo-Joule. Und, äh, wenn man das dann eben hat und damit verbindet, ich habe aber irgendwie nicht ganz gecheckt, wie man das damit verbindet. Ich habe gedacht, man muss nur mit einem Metall haben. Ähm, dann, obwohl, kann man das auch einfach hier reinwerfen? Sieht nicht so aus. Nein, okay. Und, äh, folgendes, man kann dieses Ding hier reinwerfen, ihr seht, das fängt sich dann an aufzudrehen. Also, ihr müsst euch das wie so eine Metallspule eben vorstellen, die immer enger zusammengedreht wird. Es gibt auch so Autos, die man früher so betrieben hat. Die allerersten Autos waren so betrieben. Und, ähm, sorry, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ähm, die, die Chance, also die Spule hat eine Chance kaputt zu gehen. Das macht dann einmal so ein ganz kurzes Geräusch. Das ist jetzt nicht verdoppelt, das sieht nur so aus. Ähm, das macht dann so einen Klink. Und die Chance, dass diese Spule kaputt geht, ist umso höher, umso, ähm, weniger Torque, glaube ich, eingebracht wird. Das heißt, umso, äh, weniger die, ja, die Torque ist, umso höher ist die Chance, dass die Spule kaputt geht. Ich glaube, es kann auch andersrum sein. Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Und wir lassen die jetzt mal aufladen. Ich glaube, diese geht jetzt bei 1500, beziehungsweise 2000, irgendwie sowas in dem Bereich, sollte kaputt gehen. Und, äh, ich hab überhaupt keine Ahnung, wie ich das noch höher schalten sollte. Weil ich hab hier eine 16 zu 1 Gearbox, die auf Torque steht. Und ich hab hier eine Magneto Static Engine. Das war nur eine Tier 4, aber es ist trotzdem schon krass, was man für ein Ding bräuchte. Um eben das so zu machen, dass das Ding niemals kaputt geht, wenn es überhaupt funktioniert. Wir warten jetzt einmal ganz kurz, jetzt soll sie dann gleich kaputt gehen. Oder sie gibt es 2000. Sie gibt es 2000, okay. Und, äh, dann warten wir jetzt einmal ganz kurz. Die Gravigam braucht auch Gravel, um zu schießen. Ähm, Gravel oder Flint? Ich bin mir gerade gar nicht so ganz sicher. Ne, es ist zu viel, ich weiß Gravel. Und, äh, jetzt wollen wir mal gucken, wie weit bist du? Gleich ist du bei 2000, dann geht sie bestimmt kaputt. Ich hoffe auf jeden Fall mal nicht, aber es wird, glaube ich, so sein. Und, sie ist noch nicht kaputt gegangen. Krass, wir lassen sie einfach mal weiterlaufen. Vielleicht funktioniert es ja. Das wäre awesome, wenn es in der Aufnahme jetzt gleich funktionieren würde. Außerdem habe ich mir noch ein Knapsack gemacht. Das ist dieses Ding hier oben. Da kann man reinklicken. Da hat man so ein zweites Inventar. Da kann man einfach Sachen hinlegen. Und, man kann in die Knapsack auch, äh, Backpacks packen. Jetzt ist sie kaputt gegangen, habt ihr vielleicht gehört. Och, Mano. Okay, ich überlege mir auf jeden Fall was, damit das Ganze so funktioniert. Wir könnten auch in so ein Knapsack unser Ding tun, oder? Ne, ist ein bisschen uncool. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, äh, über die ganze Folge hinweg verteilt. Ich habe ja mit euch zusammen diesen Fusionsreaktor gebaut. Das kam auch sehr gut bei euch an, was mich wirklich gefreut hat. Und, jetzt ist die Frage, äh, an euch. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr ein Tutorial zu dem Fusionsreaktor haben wollt. Das heißt, nicht nur ein Tutorial, wie ich das jetzt in TechTown gemacht habe, sondern ein komplettes Tutorial, das auch survival-tauglich ist, wo alles erklärt wird, Step-for-Step, und, äh, wo man sich gegebenenfalls auch durchklicken kann. Das heißt, ihr wollt nur wissen, wie man Drehzimmer erstellt. Dann könnt ihr da einfach aufklicken, und dann müsst ihr euch nicht das ganze Tutorial geben, beziehungsweise durchskippen. Und, äh, je nachdem, wie das dann ausgeht, also wenn das relativ viele Leute wollen, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Und, äh, ja, das war soweit das Ding. Ich hab bis jetzt hier leider noch nicht weitergebaut, weil ich jetzt eben immer mit Peter im Freizeitpark war, wenn irgendwas, äh, wenn ich auf dem Survey war, und es lag gerade. Ah, okay. Jetzt geht es wieder weiter. Und das Tutorial wird dann natürlich in der Singleplayer-Welt oder so sein, und nicht etwa in, äh, TechTown. Okay. Soweit so gut, ich will wieder nach unten gehen. Äh, hierhin. Es haben auch, äh, viele Leute geschrieben, hab ich gelesen, dass ich immer noch verschnupft bin, und mich das gerade so ein bisschen stört. Wir machen mal unser Box-System wieder an. Klick, 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 klick. Und gucken mal, ob wir hier ein paar Items bekommen. Sehr cool. Okay, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte euch irgendwas zeigen. Genau. Ähm, es haben viele Leute gefragt, was ist denn aus meinem alten Big Reactor-Charakter geworden? Und, äh, aus dem Ding ist eigentlich gar nichts geworden, das läuft hier immer noch weiter. Ist ja nach wie vor meine, äh, Main-Stromquelle sozusagen. Das ist dieses Ding hier. Ähm, der läuft dauerhaft auf 50%, das heißt, er läuft gar nicht auf maximale Leistung. Ihr seht, diese Control-Lots sind alle auf 50. Dementsprechend gibt er nur halb so viel Energie, verbraucht aber auch nur halb so viele Items. Aber wir haben, glaube ich, sowieso, äh, ja, hier ist alles voll und wir haben mehr als genug Energie. Und wenn wir mal Energie-Mangel haben sollten, dann können wir einfach unseren Reaktor, äh, auf volle Leistung stellen. Und, äh, viele haben auch gefragt, was daraus geworden ist. Ich wollte ja mal das bessere Kühlmittel hier drin verwenden. Und, äh, da war es schon, äh, nee, das ist Oxygen, äh, Chelid-Chyophium will ich haben, dieses Ding hier. Und, äh, viele haben gefragt, was daraus geworden ist und ob ich das noch umbauen will oder nicht oder ja oder nein. Und, äh, eigentlich schon, nur wollte ich das Ganze so machen. Ich habe ja mal gefragt, ob ihr einen aktiv gekühlten Reaktor haben wollt. Und, ähm, das werde ich dann machen, sobald wir uns an den aktiv gekühlten Reaktor setzen. Dafür werden wir dann aber auch eine größere Kammer als dieses Ding hier bauen, weil dieses Ding hier, ähm, ragt schon in unsere Fusionsreaktorkammer rein, wie ihr hier sehen könnt. Und das ist nicht ganz so cool. Deswegen müssen wir uns da noch was anderes überlegen. Die Dinge sind bestimmt auch voll, ne? Oder der hier zumindest. Ja. Voll mit Cyanid und der dann bestimmt auch. Ja, ja, das funktioniert leider noch nicht so ganz, wie es funktionieren soll. Und, äh, wie gesagt, wenn das ganze Ding dann hier, wir können hier mal eingeben, add big reactors. Ah, nein, das ist gar nicht. Ist das Reactorcraft auch? Heißen die beide Reaktor? In der Tat, okay. Big Reaktors? Nein, Big Reaktors will ich nicht. Oder? Doch, Big Reaktors ist das auch. Okay. Denn, äh, es gibt ja, wie gesagt, auch noch einen aktiv gekühlten Reaktor mit einer Turbine und so weiter und so fort. Und, äh, den wollen wir dann natürlich auch noch bauen. Wir wollen ja so viel wie möglich von diesem Bereich abdecken. und, äh, außerdem waren noch Fragen, wie, was ist mit deinem Nuklearreaktor geschehen? Ähm, mein Nuklearreaktor steht natürlich noch. Er ist nur nicht in Betrieb. Und es haben auch viele gesagt, ich wollte ihn doch noch umbauen, sodass er mehr Energie abbutt hat und wir wollen ihn anschließen und so weiter und so fort. Und das werden wir natürlich auch noch tun. Aber es sind immer, ich habe immer verschiedene Baustellen angefangen, was eigentlich total dumm ist. Ich hätte einfach bei einer Sache bleiben sollen. Okay. Der Nuklearreaktor, also, wie gesagt, sieht so aus. Wir können ihn anschalten. Dann hat er Energie. Aber, äh, wir lassen ihn für jetzt erst mal aus. Und, ähm, was war noch die Frage? Äh, ich weiß gar nicht mehr genau. Hier ist die Biometa. Wir haben schon so viel geschafft in diesem Projekt. Genau, die Bienen. Äh, was ist mit der Bienenzucht? Ich habe gesagt, das kommt weiter, aber es funktioniert nicht, weil, ähm, der Server immer noch nicht geupdatet wurde und das Problem, was ich davor hatte, nach wie vor immer noch besteht, nämlich, dass sich manche Bienen nicht verbreiten, beziehungsweise manche Bienen, äh, nicht so wollen, wie sie sollen. Hört sich jetzt komisch an, ne? Ja. Ähm, und dementsprechend können wir nicht alle Bienen miteinander breeden, aber, äh, ich würde gerne alle Bienen miteinander breeden, denn wir brauchen alle Bienen, um weitere Bienen zu züchten, die dann eben auch was bringen, wie zum Beispiel Diamanten. und, äh, da kommen wir leider nicht hin, wenn wir das nicht... Jetzt schreit hier draußen jemand rum. Ich glaub's nicht, boah, meine Stimme ist grad total kaputt, das tut mir total leid. Okay, aber, äh, Bienen, ich weiß nicht, ob wir es noch weitermachen können, aber wir können es soweit weitermachen, bis es überhaupt nicht mehr geht. Ähm, wir können auf jeden Fall noch was machen, aber ich hab's eben vorzeitig abgeboren sozusagen, weil ich gesehen hab, dass wir es nicht bis zum Ende durchmachen können, weil eben, äh, nicht Items fehlen, sondern weil es eben an dem Server liegt, dass wir nicht alles machen können. Und dann hab ich gedacht, warum soll ich was anfangen, bis wir was weitermachen, wenn wir es nicht komplett fertig machen können. Okay. Sorry, das ist grad ein bisschen komisch. Ähm, und ich laber auch nur 90% der Zeit, die ganze Zeit. Warum arbeitet unser Ding hier nicht? What is denn los mit dir? Warum arbeitest du nicht mehr? Haaaah. Hä? Jetzt ist Minecraft abgeschmiert. Okay, aber zum Glück nicht ganz wichtig, bin ich nur vom Server gekriegt worden. Yeah, okay, was ist los mit dir? Warum machst du nichts? Wow, okay. Er hat Seeds, er hat Saplings, und er hat, ach, er hat keinen Fertilizer mehr. Krass, ey, das sollte ich vielleicht auch mal automatisieren, oder? So langsam? Das können wir dann noch machen. Da machen wir vielleicht noch eine produktive Sache in der heutigen Folge. Fertilizer, da ist es. Äh, wie machen wir das Ganze? Äh, wir könnten das Rezept einfach mal einstellen. Ich habe eine Idee. Äh, Fertilizer, da ist es. Na komm schon, ändere dich. Tada! Okay, das sollte passen. Äh, jetzt muss ich nur gucken, habe ich noch Apathit? Habe ich noch, 54.000, sehr cool. Ähm, das Rezept kommt in unseren Server unten rein. Hier rein. Nächste Seite, hier rein. Sehr cool. Und, äh, jetzt brauchen wir einen Exportbus. Ich hoffe, ich habe nur einen, äh, Precision Exportbus. Sehr cool. Und, dann, gehen wir einfach mal hier unten, hin? Das sollte ja ein Exportbus sein, ne? Der exportiert nämlich Fertilizer. Und das ist sehr cool. Und wir stellen dieses Ding jetzt einfach mal um. Und zwar auf, äh, Move Single Items Craft, Always Craft Items, Move Single Items, Move Single Items und Craft. Dementsprechend sollte er jetzt, genau, Fertilizer Craften, wenn er keinen hat, und den hier rein exportieren. Sehr cool. War gar nicht so schwer. Okay, und jetzt arbeitet unser System hier oben auch wieder. Baut hier schön das auch. Baut hier schön das ganze Weed ab. Ist das nicht awesome? Okay, das hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen, aber so funktioniert es auf jeden Fall. Das heißt, er craftet jetzt immer die Items, die er benötigt, wenn er weitermachen soll. Okay, ähm, ich habe zwar in der Folge überhaupt nichts gemacht, sondern habe irgendwie die ganze Zeit nur geredet und Fragen beantwortet, aber ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat es gefallen. Und, äh, wenn ja, dann lasst eine Bewertung da und wir sehen uns morgen wieder bei 1 und 9 voll Tech Town, haut rein ab, einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss. zweiвол немного publicationsante. emphasized mit 8.6. Bis zum nächsten Mal.